Gerade bei jungen Frauen sind die Augenringebehandlung eine der häufigsten und gefragtesten Behandlungen, die wir hier durchführen. Nicht nur, weil wir es von Fachheizen für plastische, ästhetische Chirurgie durchführen, sondern alle unsere Ärzte gehören in der Gruppe der Professoren und Privatdozenten an, ich inklusive. Und hier sieht man, wie einfach die Behandlung dann geht, wenn man es richtig macht und häufig genug durchgeführt wird. Man sieht hier, wie die Behandlung abgeschlossen wird. Sie hat kaum noch Augenringe und man kann hier auch in einfachster Art und Weise sehen, dass sie sofort gesellschaftsfähig ist und sie hat keine Hinweise darauf, dass hier eine Behandlung stattgefunden hat. Sie sieht nur top aus, denke ich, und das weiß sie auch und sie sieht das auch im Spiegel und ist glücklich darüber. Und wir freuen uns, dass wir diese Behandlung auch in dieser Art und Qualität auch anbieten können.